Herzlich Willkommen bei 4D Vermögensplanung. Mein Name ist Thomas Hupp und als Gründer der 4D Vermögensplanung ist meine Berufung, Menschen zu helfen, Vermögen zu planen. In diesem kurzen Video erkläre ich Ihnen, was das Besondere und Einzigartige an 4D Vermögensplanung ist und welchen Nutzen Klienten dadurch erzielen können. In meiner langjährigen Berufserfahrung, die ich seit 1996 gesammelt habe, ist mir aufgefallen, dass viele Bürger sich zu selten und auch ohne Systematik um ihr Geld kümmern. Und das bringt große Probleme mit sich, denn die Finanzverträge, die Vermögensanlage passen dann nicht mehr zu dem Anleger, zur Person, weil sie nicht an den Veränderungen, die am Kapitalmarkt, aber auch im persönlichen finanziellen Umfeld stattgefunden haben, angepasst werden. Ich habe über tausend Depots analysiert und festgestellt, dass in der Regel die Depots viel riskanter waren und Risiken hatten, die die Anleger eigentlich gar nicht wollten, aus Unwissenheit. Das deckt sich übrigens mit wissenschaftlichen Studien und auch den Statistiken der Depotbanken. Und das ist das Besondere an 4D Vermögensplanung, der strategische, systematische Beratungsansatz mit einem wissenschaftlichen Fundament unter dem Einsatz modernster Technologien. Die Klienten bei 4D Vermögensplanung sind in der Regel clevere Investoren, die sich ihrer finanziellen Situation stellen und ihre finanziellen Ziele mit ihrem persönlichen 4D Vermögensplan stringent verfolgen. Mit meinen Worten kurz gesagt, es ist die Elite unter den Anlegern, weil sie zu jeder Zeit überall auf der Welt einen Überblick über ihre Finanzen haben, über ihr Geld und einen Plan. Und das Besondere bei 4D Vermögensplanung, das Einzigartige, was sie nirgendwo anders bekommen, außer bei 4D, sind vier Dimensionen. Vier Dimensionen heißt, wir machen eine vierdimensionale Analyse des Kapitalmarkts, aber auch eine vierdimensionale Analyse des Vermögens. Und das hat sehr, sehr viele Vorteile, einen hohen Nutzen für Klienten, weil der 4D Vermögensplan dadurch ein passender Maßanzug ist und nachhaltig. Denn die Ziele sind ja ganz, ganz unterschiedlich. Manche Anleger wollen einfach nur Wohlstand und Ruhestand haben, manche wollen ihr Geld anlegen für die nächste Generation, manche wollen Nachhaltigkeit im Depot haben. Viele Anleger kommen zu mir und sagen, ich möchte gern nachhaltig anlegen, ich möchte mit gutem Gewissen investieren. Manche wollen finanzielle Freiheit, finanzielle Unabhängigkeit erreichen. All diese Ziele fasst der 4D Vermögensplanung einen ganz persönlichen Plan, der wie ein Maßanzug passt. Also der Maßanzug für Ihre Finanzen und für Ihr Vermögen. Nehmen Sie doch Kontakt zu mir auf, füllen Sie das Kontaktfeld aus, damit wir herausfinden können, ob Sie zu 4D Vermögensplanung passen und ob 4D einen passenden 4D Vermögensplan für Ihre Finanzen hat. Ich danke Ihnen fürs Zusehen, ich freue mich auf Sie, Ihr Thomas Hupp und ich freue mich auf Sie, Herr Hong. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.